So, heute kann ich endlich die Bierkiste zusammenbauen, ja, endlich, aber vorher muss ich noch hin zur Werkstatt, oh, Sun is shining, weil immer wenn ich gerade ausfahre, quietscht es, kann das Radlager sein, kann der Bremssattel sein, kann vieles sein, also erstmal zur Werkstatt, so, dann bin ich aber gespannt, Ah, mach zu, ah, Der straut aber ohne Hitze ab, immer lieber hätte ich gesagt fahren, ey. Ja, der wieder schon mal zurück, der nicht, der nicht. Ja, wie ihr sehen konntet, ist der Bremssattel hinüber, der muss jetzt getauscht werden und die Achsmanschette, deswegen kriege ich das Auto jetzt in ein, zwei, drei Tagen wieder, aber da wir zur Zeit kein Event haben, ist das auch halbwegs dramatisch. Das erste Teil, der jetzt repariert, das ist dieses modifizierte, jetzt Rücklicht vom Roller, das habe ich nämlich anders gebaut, so, mal gucken, Bremse, funktioniert auch, einmal frei. So, ausmachen, das war nämlich vorher, saß dieses Ding nämlich, war hier nach oben gebogen und dann saß da drüber nochmal das Licht und dann war das bis, ein Stück zurück, bis so hoch war das ungefähr das Ganze, das sah nämlich dermaßen bescheiden aus, deswegen habe ich das Ganze jetzt umgebaut, sprich, das Ding habe ich einfach noch umgedreht, da sieht man vielleicht diesen Winkel hier noch, dass das Ganze jetzt nach unten gebogen ist und, ja, gesagt, das hatte ich ja neu geschweißt, damit das jetzt auch ein bisschen eleganter aussieht. So, auf zur nächsten Ausstelle. So, auf zur nächsten Ausstelle. So, Tagesziel für heute wieder erreicht, voilà, ist fast fertig, fehlt jetzt nur noch die, die Sitzbank fehlt noch, das Holz habe ich schon ausgeschnitten, muss ich noch ein bisschen, äh, die Kanten abrunden, dann muss ich aber nach Schaumstoff versorgen und nach halt eben Polsterstoff, also sprich irgendwie Kunstleder oder so, und dann sind wir im Prinzip eigentlich schon fertig und dann kann es schon losgehen auf die Straße. Schaffe ich aber heute nicht mehr, denn jetzt haben wir es schon wieder, äh, gleich 10 Uhr, also schon wieder völlig viel zu spät, äh, genau, Fußrast muss ich noch besorgen, die sollen ja, da ungefähr angebracht werden, sprich hier unten an dem Rahmen sollen die dran, da ungefähr, äh, die muss ich auch noch holen und dann, ja, dann sind wir fertig, dann kannst du nicht losgehen, endlich fahren. Deswegen war es das jetzt hier auch für diesen Teil und im nächsten Teil sind wir dann, äh, endlich fertig und dann, äh, würde ich sagen, ja, machen wir dann da weiter, sprich, ich weiß nicht, ob ich es morgen direkt sofort schaffe, aber egal, in einer der nächsten Vlogs wird es euch wieder verklappen und ihr kennt das, wir sehen uns spätestens morgen wieder, äh, und ciao. Bis zum nächsten Mal.